So, Zeugnisse, da haben wir einen Realschulabschluss, dann eine Friseurausbildung, hingegen Berufserfahrung, Miss Norpat Calais. Nicht übel. Ich komm wegen dem AX. Wieso kaufen wir nicht den Mini? Weil wir pleite sind. Wenn du weniger Drohnen kaufen würdest... Verschwindest du jetzt? Frank, hör auf! Wir haben die Miete nicht bezahlt. Wir sind hier im Unrecht. Kapierst du das nicht? Wann kannst du anfangen? Sofort! Ah, Mist! Schlimm? Verzickte Scheiße! Du bist echt klasse. Holt mir meine Tasche! Wie viel ist da drin? Der ist tot. Super Info, Marilyn. Das Problem ist, wie schaffen wir ihn hier raus? Hm, Stück für Stück wird's gehen. Was denn? Dosen füllen ist unser Job. Jean-Mi ist mit dem Geld der Belgier verschwunden. Warum sagst du nicht, was Sache ist? Spinnst du? Willst du, dass die mir den Schwanz vertieren? Wo kommt das Geld her? Das ist nichts, die Lange schlafen. Reg dich wieder ab. Geht's noch? Lass mich los! Lass mich los! Keine Bewegung, ihr Hohenzörer! Und dann? Ich bin schon mit einem Schlafen. Ich bin schon mit dem Geld, du bist. Ein Wundern, ja. Ich bin belen, Gott. Ich bin schon mit dem Geld. Vielen Dank.